Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Forest mit Voucher, mit unserem Nameless. Schön, dass ihr wieder reinschaut, meine Lieben, neue Woche. Es geht weiter hier. Ich möchte heute mal ein bisschen versuchen, die Rutsche anzuplanen. Erstmal anplanen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich sie baue, welche Möglichkeiten wir am See haben. Das schauen wir uns heute an. Wir gehen allerdings jetzt nochmal ganz kurz rüber. Ich will nochmal das mit dem gelben Koffer testen. Der ist ja weggeklitscht. Ich habe jetzt leider keine Infos, was ihr geschrieben habt zu der Aktion, weil ich aufnehme, bevor die Folge live geht, in der wir den Koffer probieren. Deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal und dann würde ich abwarten, was für Infos kommen. So, wir sind ja gleich drüben. Diesmal schicke ich ihn aber auch tatsächlich ohne Wagen. Ich schiebe den jetzt einfach von Hand. Vielleicht ist der ja wieder da. Oder er ist weg. Ich habe mir leider nicht gemerkt, welcher es ist, aber es sieht so aus, als wäre der wieder da. Guck mal, hier sind zwei Sachen drin. Der hier soll es sein. Pfeile haben wir ja genug, ne? Der soll es sein. Den nehme ich jetzt mit heim. Weil ich habe das Gefühl gehabt, der ist dann irgendwann weggeklitscht, ne? Schön wäre das schon, wenn man sich den heimschieben könnte, oder? Glauben dran tue ich nicht wirklich, weil das hätte man mit Sicherheit über die Jahre mal irgendwo gehört oder gelesen. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, kann man zumindest auf der Spur. Du, das kann sein, dass der ortsgebunden ist, in einem Umkreis von x Metern, weißt du? Ich bleibe einfach mal so. Ah, der Stein hat es uns versaut. Mich wundert es gerade. Wenn wir am Wagen vorbei sind, wissen wir zumindestens mal, ob er hier glitscht oder nicht glitscht, ne? Hier ungefähr ist nämlich der andere gestern verschwunden plötzlich. Ich glaube, ich habe den in die Erde reingetreten. Ne, er ist wieder weg. Er ist wieder weg, Leute. Jetzt haben wir natürlich noch eine Möglichkeit. Jetzt wissen wir x Meter. Das heißt, so einen Meter vorm Wagen auf dem Weg lasse ich jetzt mal den gelben Koffer kurz liegen. Ja, bevor er verschwindet. Dann gucken wir mal, ob der morgen wieder da ist. Ich glaube allerdings, die Wutz hier ist ja wieder hingesnappt, oder? Wir gucken mal, ob er nach dem Einloggen dann noch vorne liegen bleibt. Ob das sein Umkreis ist, in dem er tätig sein darf, oder... Ja, okay, das ist ein Scheiß. Das habe ich auch nicht gedacht, dass wir mal eine Folge haben, in der ich Koffer rumschiebe. Ja, aber klar, man muss es ja probieren, oder? Wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal eins. Pfeile sind an den Koffer gebunden, denke ich mal. Oder an die Location. Und die spawnen dann ohne Koffer. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ist doch interessant. Ich darf den nur nicht so weit rausschieben. So, weiter geht's. Ah, dann war das gestern... Ich dachte nämlich schon wieder, weißt du, ich sehe mal wieder nichts. Es gibt einfach so Momente, da denkst du, oh Gott, die Augen. Nee, war dann nicht mein Fehler. Äh, ist ein bisschen schwieriger. Aber gut, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Es gibt eine Stelle, wo er dann die spawnt. Und hinten wieder auftaucht. Ist auch sehr interessant. Das Eichhörnle guckt wahrscheinlich auch gerade. Und denkt sich, was macht denn der jetzt? Sieben Staffeln später. Guck mal, hier an dem Baum lasse ich ihn liegen, oder? Hier lassen wir den mal liegen. Dann gucken wir vor Ende der Folge nochmal, ob er noch da liegt. So, das ist so ziemlich der weiteste Weg vom Camper ab, wo er weg darf. Ich nehme an, dass das so ein Radius ist, ne? So, da bin ich mal sehr gespannt. Weiter geht's damit heute. Wahrscheinlich werden wir hier oben mal das Tool aufstellen. Aber noch ohne Brandfallen, um mal zu gucken, welche Schwachstellen wir hier haben. Das sind bestimmt einige. Ich würde nämlich die ganzen Fallen kurz aufspannen. Dann schauen wir mal mit dem Blueprint. Weil ich kann die Rutsche noch nicht aufbauen. Ich habe noch keinen Plan, wo ich sie hinsetzen möchte. Aus dem Grund zeichnen wir sie zusammen an. Dann mache ich mir Gedanken. Und dann holen wir uns so langsam, Stück für Stück, diesen Spot. Komm, jetzt besetzen. Ich muss das nachher mal testen. Heute will ich wissen, was hier oben eigentlich geht. Weil Fallen alleine sind zwar nett und lustig, ne? Aber wenn die dann jetzt, sag ich mal, irgendwo ständig durchbrechen würden, dann sollten wir ein bisschen nachbessern. Die hier stehen noch, weil wir oben noch viel gemacht haben vom letzten Mal. Hier kannst du zumachen. Ich gehe nämlich gleich an den See noch runternehmen lassen. Fische musst du auch noch kurz holen. Ansonsten, die müssen wir aufsetzen hier. Nicht so nah an die andere dran. Ja, dann lassen wir uns doch einmal hier. Vielleicht können wir uns den Dings bauen, weißt du? Diesen Knochenrüstungstyp. Die würde ich gerne zwei, drei aufstellen. Dann lohnt es sich auch, wenn wir hier Knochen holen. Ich muss nur schnell weg, sonst kommen die jetzt. Und dann geht es schon los, bevor es losgehen soll. Für den Montag ist das genau das Richtige. Gemütlich Fallen aufstellen, Rutsche anzeichnen und Knochenrüstungsmenscheln bauen. Ich muss nur noch mal gucken gleich, was ich für den brauche. Sticks bestimmt, ne? So, noch ein Stückchen näher hin. Hallo? Ach ja, hier. Die sah auch gerade so aus, als ob sie falsch rum sitzt. Die noch und die noch und dann haben wir es. Nicht anrempeln. So, mein Freund, nehmen wir es. Ich bin stolz auf dich. Hast du das schöne Baseball wieder gebaut. So, das testen wir dann nachher. Jetzt gehen wir erst mal kurz runter. Ich will zwei Tests machen. Die rutsche entweder von unserem Zuhause aus, dass wir von daheim aus losrutschen können. In welche Richtung muss ich auch noch gucken. Wenn es allerdings möglich wäre, wenn es möglich wäre, dass wir vom Turm runterrutschen können. Das wäre das Reißerle. Da hätte ich Bock drauf. Das testen wir heute. Ich muss nur gucken, wo hier die Tür wieder war. Hier. Ah, die ist natürlich auf. Ist klar. Weil ich muss nämlich noch Fisch kurz fangen. Sonst haben wir nichts mehr zum Futtern später. Da, 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 da. So. Einmal hin und einmal her. Fische fangen ist nicht schwer. Warum du siehst? Kurz moment. Einer. Wie viel nimmst du damit hoch? Drei, oder? Kommt der Vögelchen noch. Ich muss nur warten halt. Sobald ich zu weit reinlaufe, nimmt er nämlich sein Speer aus der Hand. Vielleicht den nächsten. Ja. Der war eigentlich, ne? Der war eigentlich. Jetzt muss ich gucken, ob der sich eingesammelt hat. Ne, zwei nur. Dos Fischers. Kommt raus. Kommt rausgeschossen. Den da. Den holen wir uns. Der will mit. Yes. Drei Fische haben wir. So. Blueprintus für unsere Rutsche. Bin ich mal gespannt jetzt, ne? Also. Das haben wir erledigt. Das haben wir auch erledigt. Das ist die Bahn. Das ist die Bahn. Das ist die Bahn. So. Also hier ist klar. Oh doch. Das könnte eventuell hinhauen. Ich glaube, wir gehen mal kurz auf den Turm hoch. Mach das mal weg. Hätte ich einen Kleider mitnehmen sollen? Nö, oder? So. Guck mal. Hier ist auch offen. Tag der offenen Türe. Wie immer. So. Jetzt pass auf. Hier können wir schon mal den ersten Test machen. Natürlich werden wir von weiter oben rutschen wollen. Aber. Alter. Das könnte eventuell hinhauen. Das Problem ist nur, so wie ich das gerade sehe, dass der Turm. Doch. Guck mal. Oh Leute. Das geht wahrscheinlich, dass wir von hier oben runter rutschen. Ich mache jetzt keine. Nein. Nein. Alter. Das ist, wenn du mit den Augen auf dem Blueprint rumhängst und rumguckst und überlegst und dann plötzlich bubst. Das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. Ich laufe jetzt mal ganz hoch und dann checken wir mal. Also ich mache keinen Achterbahn-Looping oder sowas. Hier war gerade eben auch schon das Problem. Aber. Eine funktionale Rutsche mit der Schildi abrutschen und mitten im See landen, oder? Haja, das wäre doch der Hammer, leh? Ey, das geht wahrscheinlich. Okay, pass mal auf. Dann sollte man allerdings hier, dass ich da immer schön frei wegfliegen kann. Wie will ich denn das anzeichnen? Das weiß ich halt auch noch nicht. So. Wie macht es denn am meisten Sinn, dass ich den Schnöppel zu mir mache? Oder nee, den Schnöppel raus, ne? So wäre es natürlich auch krass, oder? So wäre es natürlich auch krass. Lass mal kurz gucken. Du kannst ja hier runterspringen, Alter, oder? Jetzt haben wir Alterle zum gesagt, ne? Immer wenn der Mut erfordert wird. Komm, wir hopfen. Das war doch schon mal. Haben wir doch schon mal geschafft. Boah, das sah gut so aus, als ob es nicht hinhaut. Jetzt habe ich die Wildgänse verschreckt. Ah, es zeigt rot, ne? Leute. Das kann sein, dass ich vielleicht, dass das gar nicht so geht. Ich könnte natürlich auch immer ein Stück bauen und dann draufstehen und aufs nächste Stück. Problem ist halt bei dem Projekt, Leute. Es wird eine Offscreen-Geschichte. Wenn wir es mal angezeichnet haben, werde ich viel Offscreen machen. Aber ich muss ja da ständig tausendmal hochlaufen, ne? Also das funktioniert insofern schon mal nicht, wie ich es gedacht habe. Ich gucke mal, ob ich es von hier... Nee, wir müssten eigentlich das auch... Das ist zu steil auch, ne? Ich probiere mal, ob ich von einer gewissen Höhe die Gewaltkriege übers Anzeichnen... Ey, da geht mir voll das Hemd, als er jetzt gerade gesprungen ist. Das sah so knapp aus, weil du den Grund durchgesehen hast vom See. Ich werde noch irgendwann ganz böse altern. Nee, muss mal noch ein paar Meter hoch. Es muss ja auch normalerweise nicht von ganz oben sein, aber das wird halt am meisten Laune machen, ne? Aha! Doch, 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 da war gerade schon... Hier war gerade schon weiß. Die Frage ist, wieso hat er mir jetzt hier rot angezeigt? Hast du es gesehen? Hier? Hier hat er mir jetzt wieder Zug standen. Und da will er so auf die Erde runter, verstehe ich gar nicht. Geh mal einen Stock tiefer, ich kümmere das um den Turm rum anzeichnen. Das wäre natürlich auch ein Witz. Langsam. Tatsächlich. Aber das sind so knappe Kurven hier. Die kriegt er nachher mit der Schildkröte nicht genommen, ne? Ich glaube, sogar die, die ich oben angezeichnet habe, die wird nix. Guck mal. Richtig, das ist auseinandergefriemelt, ne? Das bringt uns gar nix. Nee, das werden wir so nicht hinkriegen, leider. Wir könnten es aber... Wir müssen ja nicht ganz so hoch raus. Vielleicht klappt es von hier ja besser. Ich würde das nämlich gerne... Mach es mal hin. Ja, der will... Das bringt uns so nix, gell? Lass mal runterlaufen. Langsam aber. Nimm mal dein Feuerzeug raus. Dann sehe ich auch, was du machst. Nee. Und das ist zu steil. Das bringt uns auch leider wieder nix, gell? Wenn ich es jetzt so anzeichne, haben wir das Problem, dass ich da oben eine Kante drin habe. Wir werden wahrscheinlich von zu Hause aus eine eher flachere Rutsche machen müssen. Das klappt nicht ganz, was ich hier machen will. Ne? Guck mal. Hier diese Kante, die kriegt er nicht gerutscht sauber. Das Einzige, was wir machen können, dass wir vielleicht zwei Rutschen bauen, eine gemütliche zur Kirche. Und wir bauen uns hier die Stumpenbahn. Wir bauen uns eine Stumpenbahn mit nur einmal... Weißt du, wie ich meine? Pass auf, ich zeige es dir, wie ich sage dir jetzt, wie ich es meine. So. Gerade eben haben wir doch eine Phase hier gehabt, wo ging, ne? Was ich nicht verstehe, ist... Ja, das läuft nicht so, wie ich es will. Ja, da müsste man sich aber auch mal auseinandersetzen mit dem... Mit dem Bau-Ding, mit der Bauweise. Ich habe ja damit nie wirklich viel gemacht, ne? Pass aber auf. Dann machen wir eine Stumpenbahn, sodass wir die Möglichkeit haben, zumindest einen Meter oder zwei mit der Bar hier abzurutschen, mit der Schildkröte ins Wasser zu hechten. Probieren wir das. Ich muss mal gucken, wie teuer das Teil dann wird. Du könntest versuchen... Dreh die mal so rein. Nochmal noch andersrum. Laufen wir noch ein paar Meter hier hin. Nicht zu sehr weiter raus. Wenn ich hier... Die Stumpenbahn... Wir müssen gucken, dass er in die Richtung... Würde ich es gerne machen. Ne, der will dann zu steil runter, sisse. Das geht so nicht. Ne, das funktioniert leider nicht, Leute. Das Einzige, wie gesagt... Da kann ich auch hopfen. Ne, wir machen jetzt ganz kurz hell. Wir gucken nochmal daheim, dass wir sie von daheim aus anzeichnen. Vielleicht mit dem Ziel, über die Rutschbahn schnell zur Kirche zu kommen. Das Problem ist, der sucht einen Ankerpunkt am Boden, dann wenn du da oben ansetzt. Läuft nicht. Alter, wo geht es denn hier runter? Außerdem habe ich gerade irgendwann einen gehört. Wir können es hier nochmal ganz kurz probieren. Man soll ja nie aufgeben, bevor man aufgibt. So. Siehst du, da wird er dann sofort steil. Ich probiere es jetzt nochmal so. Schade. Es gibt wahrscheinlich eine Höhe, ab der es dann funktioniert. Das ist aber dann wahrscheinlich so unspektakulär. Hier ist es auf jeden Fall nicht die Höhe gewesen. Wir probieren es hier noch. Jetzt höre ich den so laut schnaufen, als würde er hinter mir stehen. Hier wäre es möglich. Hier wäre es eventuell möglich. Wir gehen mal runter. Sind wir schon ebenerdig? Ah ne, die sind außen an der Mauer. Ist okay. Ja, aber hier ist es halt nicht so riesig groß. Das ist eher jetzt mini-vini. Ja, da wäre es möglich. Aber das kann ja auch Spaß machen. Was kosten so Rutsche, wenn ich sie hier hinbaue? Mal kurz gucken. Ich setze sie einfach mal, dann sehen wir sie ja. 16 Baumstämme? Ah komm, die bauen wir uns kurz auf und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich hätte gerne noch von daheim eine, die so ein bisschen gedreht runter geht. Oh Gott, der Bub hat Hunger. Der Bub hat Hunger. Hau mal einen Riegel rein oder irgendwas, bis wir oben sind. Bevor man noch drauf geht. Kannst du halt mal wegrennen jetzt. Kommst du hier an deine Leiter hin? Das weiß ich gar nicht. Versuch ist es wert, sagt er. Kommst du nicht hoch, oder? Doch. Mit viel Geschick. Ja, super. Hier kam ich vorher zum Beispiel gar nicht hoch. Es ist zwar nicht ideal. Alter, war da nicht noch irgendwo Lämble? War da nicht noch irgendwo eine Lampe, die du noch aufbauen wolltest? Das sind Federn. Komm, wir laufen mal kurz die Wall ab. Ihr habt mir mal die Stelle gesagt irgendwann, gell? Ha. Hier ist das Seil. Oder haben wir die damals fertig gebaut und es hängt noch irgendwo eine rum, die ich nicht habe? Wer weiß? Wer weiß? Hier ist nichts. Da hängt einer, aber die leuchten beide. Die sind also gebaut. Die ist auch gebaut hier. Das sind Steine. Da hängt auch eine Lampe, die schon geht. Feuerzeug raus. Müssen wir sie kurz fertig bauen, da hinten das Stück. Dankeschön. Vielen Dankeschön. Kann natürlich sein, dass da noch irgendwo einer hängt, halbfertig. Na ja, ich werde sie irgendwann finden. Muss ja eine Lampe sein, ne? Wir haben noch einmal Baumharz offen. Das Stückler mal auffertig. Aber Essen ist jetzt erstmal wichtiger. Ja, komm, da bauen wir kurz die Rutsche auf. Die kostet nämlich nicht viel. Dann sehen wir mal, ob das überhaupt Laune macht. Weil geil wäre ja natürlich gewesen, so mindestens einen Ring von ganz oben, weißt du? Aber da besteht nämlich immer die Gefahr, dass man aus der Bahn fliegt und so. Ne, nicht speichern, sondern schlieb. Fisch muss da nur aufhängen. Ich glaube, da war keiner mehr oben drin, Digga. Guck mal bitte. Schau mal, moi. Schau mal, moi. Schau mal wieder, wieder, moi. Musst du erst aufhängen. Dann gibt es für dich heute Dose, Riegel und Blumen. Kriegst den Salat und dann heute Abend ordentlich. So, komm her, die bauen wir jetzt kurz auf. Mal gucken, wie sie von hier aussieht. Ja doch, die hat doch schon das stattliche Ding. Das ist jetzt erstmal die kleine Rutsche. Es gibt ja in jedem Schwimmbad mehrere Größenordnungen. Das passt. Und hier gucke ich dann, dass wir da irgendwo einsteigen. Weißt du, dass ich hier so durch, komme ich hier durch? Ja, aber da kann ich ja noch eine kleine Treppe machen und dass wir von hier so in einem Ring rüberrutschen in die Mitte vom See oder sowas. Dass wir es mal probiert haben. Moment, ich wollte raus, ne? Jetzt bauen wir uns die und machen erstmal einen Ausflug. Habe ich einen Schildkrötenbuckel? Yesle, Kadessle. So, ich wollte ja auch noch hier die Dings losbrechen. Das Tool aufstellen. Na, jetzt gucken wir mal. 16 Hölzer ist ja nicht so teuer. Das sei denn, ich muss da 1000 Meter hochlaufen halt. Und hier waren keine Bäume mehr. Egal, ich mache das jetzt. Ich will das jetzt wissen. Wie oft muss ich laufen? 8 Mal, ne? Es sei denn, ich komme ab einer gewissen... Vielleicht komme ich von unten auch schon ran. Ist das ein Stickbaum? Ist das wahrscheinlich ein Stickbaum, ne? Den kannst du auch noch wegmachen. Ja, das ist ein Stickbaum. Ja, aber mit dem hätten wir jetzt schon mehr als die Hälfte, wenn der jetzt fliegt und ich alle Hölzer wieder finde. Halt, Hauptsache nebenan kauen. So, die zwei nimmst du schon mal. Und wo habe ich hier eine Tür gehabt? Bämsele. So, mein Freund. Hier rüber. Ne, muss mindestens ein, zwei hoch. Das ist der Nachteil an so Projekten. Ach Gott, da haben wir die tief angesetzt. Ja, aber wie ist das? Bringt halt nichts, wenn du es andersrum machst. Und von wegen 16 Hölzer, die war schon ein bisschen teurer, Digga. Da will er wieder was und erzählt mir irgendwas, das schnell geht. So. Habe ich für heute irgendwas geplant gehabt eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, normal nicht. Wir planen nicht mehr. Wir planen nie, wenn es nicht wirklich wichtig ist. So. Für den Montag das schlecht. Komm weiter, das machen wir noch ein bisschen weiter. Dann mache ich halt morgen den Bass-Test. Müsst ihr so sehen, wenn es sich rauszieht, dann verzieht sich die Staffel in die Länge. Weißt du? War da nicht noch mehr Holz? Hier gibt es. Danke, Hase. Ohne dich hätte ich sie nicht gesehen. Ja, komm, Ziel ist, dass wir einmal gerutscht kriegen heute. Morgen machen wir dann den Test und zeichnen die zweite Rutsche an, die dann von der Base weggeht in Richtung See oder Kirche. Geil wäre natürlich, wenn wir direkt vor der Kirche zum Landen kommen mit der Rutsche. Noch geiler wäre, wenn wir die Möglichkeit hätten abzuspringen ins Wasser oder mit guter geschickter Lenkung vielleicht als zweiten Alternativweg direkt zum Kirchenplatz. Ob das geht? Möglich ist immer alles, ne? Reh? Reh? Oh je, wo sind meine Stämme hin? Ja, jetzt kommen eh gleich diese Deelen. Das wollen wir heute wahrscheinlich gar nicht fertig kriegen. Wenn die hören, dass ich hier rumhecke, dann nehmen das es ständig aus der Puste, gell? Weißt du, was wenig Puste kostet, Alter? Eigentlich gar keine Puste. So. Das kostet dann im Nachgang Puste, wenn die Jungs kommen. So, weiter. Äh, vielleicht ist es ganz gut, dass ich es nicht ganz oben angezeichnet habe. Stellt euch mal vor, die hätte ja wahrscheinlich das Vierfache gekostet. und du musst jedes Mal hier auf diesem holprigen Weg da hochlaufen. Doch 16, 24 Sticks, die haben mich getäuscht. Das sind Sticks, was da noch gebraucht werden. Dann sammle mal hier noch ein bisschen Zeugs ein, wenn du noch was findest. Sticks mäßig. Hier war noch mal ein Stamm. Sehr gut. Hier ist noch ein Stamm. Ein paar Sticks habe ich auch gehört. Ich will rutschen jetzt. Das ist genau das Richtige für den Montag. Stressfrei im Weltraum hopfen, ein bisschen bauen und dann rutschen. Nachdem wir heute schon gesprungen sind. So, kommen noch sechs Stück und neun Sticks. Hole ich kurz die Sticks. Die liegen ja hier draußen parat. Der da bringt auf jeden Fall Sticks. Der da eigentlich auch, oder? Nee, das ist nur eine Zierpflanze. Da hast du zwei, drei, vier. Da sind sie. Zumindest einer ist da. Koana ist Koana. Hier ist noch mal Sticky. Stick me back. Hat wieder einer geschrieben, die Tage, dass ihr das nervt. Für mich so gucken die Leute Sachen dann, die sie nerven. Verstehst du? Ich bin doch, wie ich bin, oder? Was soll ich mich da jetzt da? Das ist der Hammer. Ja, geh mein Freund. Geh. Bämsele. So. Keine anderen da. Wie viele Stämme haben uns noch gefehlt? Sechs Stück. Die Sticks haben wir alle. Es geht nur noch um sechs Stück. Also noch dreimal hochlaufen, dann können wir schon rutschen, Leute. Dann gucken wir doch noch drüben gleich, wie wir es daheim anzeichnen könnten. Hallo, Vogel. Wie geht's dir? Rot Hälschen? So, Fische haben wir hochgebracht, gell? Di, 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 di. Wahnsinn, wie schnell das Jahr wieder rum war, oder? Wie, wie schnell das Jahr wieder rum war. Wir stehen schon wieder vor dem Dezember. Letztes Jahr im Dezember kam das Forest Update. Mit den Blueprints, die wir so gebaut haben hier in der Kirche und alles, gell? Hammer. Ein komplettes Jahr schon wieder hinter uns. Hallo. Wenn ich einfach nichts sage, merkt es auch keiner, oder? Dass ich schon wieder meine Stämme nicht finde. Die sind dahinter gefallen. Du hast am See, in Richtung See hast du gehakt. Gott sei Dank wächst das nach, das Zeug. Obwohl spätestens in dem Moment, wenn es nicht nachwächst, ist irgendwann alles weggeschlagen. Da siehst du wieder. So, noch einmal danach laufen. Dann können wir schon die Schildkröte probieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ging. Halt, die Sticks kannst du schon mal ranmachen. Die Bahn hat auch leider als Rand lauter kleine Kreuzeln, gell? So kommen jetzt aber die zwei Finste. Ne, mi. Ne, Mohana. Hier sind welche, guck mal. Ja, hast du gut gemacht. Mach hinter dir zu, weil wir gehen nämlich gleich nach oben. So, meine Lieben. Unser erstes Mal mit einer kleinen Rutsch. Er ist natürlich jetzt nicht so der Renner, weil es halt wirklich eine Mini-Rutsche ist. Und wir laufen erst mal den Weg ab. Ob ich überhaupt da unten dann heil ankomme. Ja, das passt. So, ne, mi. Schildkröte mal raus. Wie war das? Verwende die Schildkröte als Schlitten. Leertaste. Dann. Alles klar. Man muss allerdings von hier oben starten. So, Leertaste, Bämsele und... Ja! Okay, schade, dass die nicht höher ist. Haha, ich hätte es gefeiert. Lass mich mal kurz spaßhalber was gucken. Jetzt will ich was sehen. Coole Geschichte. Eigentlich will ich nur nochmal rutschen. Oh, das wäre so geil gewesen. Von ganz oben. Ist das gut. Ist das geil, oh. Ähm, das Problem ist jetzt halt, die habe ich jetzt hier so blöd angezeichnet. Da können wir wahrscheinlich nicht mehr außenrum basteln und masteln und asteln. Wenn ich jetzt hier, wenn ich die jetzt hier versuchen würde. Das Problem ist jetzt, du musst ja nachher noch laufen können, ne? Ja, scheiße. In die Richtung würde das mich zulassen. Aber da komme ich nicht um die Kurve rum. Aber wenn ich es hier... Vielleicht kriege ich es tatsächlich... Ja, das Problem ist... Ja, er geht nicht in die Höhe so richtig, ne? Mach mal so. Ich will mal gucken, wie das jetzt aussieht. Vielleicht kriege ich es ja hier rumgezogen. Das war wenigstens von einer Etage höher. Ey, das wird gehen. Das würde gehen, ne? Wir müssen jetzt allerdings von da hinten... ...irgendwo wieder Schwung herkriegen. Und da haben wir schon wieder das Problem. Ey, das geht nicht so leicht. Probieren wir mal. Ich sehe es halt nicht, was ich hier mache. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wo sind wir denn jetzt aktuell? Jetzt sind wir hier. Aber da haben wir kein Gefälle mehr. Das ist... Ne, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Da sucht sich das, ne? Pointer, die ich gar nicht nachvollziehen kann zum Teil. Ne? Da wird sie jetzt zu gerade laufen hier. Wenn du aber ein bisschen Speed hast... Hier müsste ich hoch können. Das wäre es. Dann hätten wir es... Aber das geht nicht. Es geht so, geht es. Aber dann habe ich hier das Problem. Warte mal, ich will nur was testen. Ne, hier hört es auf. Und das auf Risiko zu bauen jetzt. Ob man den Knicks dann nachher schafft, weißt du? Wenn ich jetzt von da oben so richtig steile, dann wäre das eventuell gegangen. Ne, das machen wir nicht. Wir bauen uns eine schöne Zuhause am Dings, würde ich sagen. Unnötig da jetzt rumeiern. Das ist auch blöd, oder? Hat jemand von euch schon mal eine richtig coole gebaut? Gerade hier oben, weißt du, da kriegen wir es wahrscheinlich leichter hingebaut. Lass uns mal kurz testen. Dann könnten wir eventuell mit der Rutsche unten lang fahren. Unterm Zaun entlang irgendwie so, weißt du? Die kleine Rutsche ist doch auch was. Ich dachte, ich kann die hoch und runter, wie ich möchte. Weil er steht ja auf Stelzen. Er steht ja auf Stelzen. Aber offensichtlich ist es nicht ganz so einfach. Wer weiß, warum die das so gemacht haben. Ich nehme halt mal an, dass da wahrscheinlich das ein oder andere Projekt ein Performance-Killer ist. Ne, musst du dann schon da durch, wo du es vorhin auch gemacht hast. Sonst wird es nichts. War das hier? Ne, komm, geh außen rum. Geh außen rum. Ne, hier geht es auch nicht. Die sind irgendwo, weh? Aber wo? Hoch. Boah, das war eine knappe Geschichte. Fast hätte ich die Falle wieder ausgelöst. Hi, Spatzel. Cam? Komm zu mir, mein kleiner Freund. Komm zu... Das ist eigentlich blöd für euch hier mit der Falle. Zack, der ist auch tot. Im Prinzip brauche ich wahrscheinlich gar nicht raus, wenn wir hier mal kämpfen. Einfach nur immer wieder nachspannen. Der ist drin. Auf die Richtung ist natürlich blöd für uns. Aber guck mal, jetzt haben wir schon hier drei Stück rumliegen, weißt du. Den müsste ich auch wieder aufstellen. Komme ich da ran, ohne die auszulösen? Ja. Links kommt einer gleich. Komm rüber. Wie die KI halt sich einen anderen Weg sucht, ne? So, Leute. Wir gehen mal kurz rein. Ich will was checken. Ich will was checken. Und zwar hier sollte man die Möglichkeit haben, das besser anzuzeichnen. Geiler wäre natürlich, wenn ich hier von zu Hause aus, weil da steige ich ja am meisten ein im Baumhaus, dass wir von dort starten können irgendwo. Das wäre noch cooler als jetzt da unten irgendwo. Pass mal auf, irgendwann will ich ja das Loch hier sowieso zumachen. Hier. Das wäre genau der richtige Moment, um in der Rutsche zur Kirche zu kommen. So, das muss ich natürlich ganz kurz checken. Dreh es mal ein. Mach den Stumpen nach vorne. Gut, da kann ich ja nachher noch eins reinbasteln dann hier. Setz die mal. Ah, ist das so weit draußen gewesen? Okay. Kommst du mit einem guten Sprung hier rüber? Ne. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Muss ich nochmal nach oben. Ich habe nicht genug Platz. Ich muss nämlich weiter wegstehen, dass ich sie näher anzeichnen kann. So. Probier ich es mal von hier. Ich muss es ja nicht zwingend. So. Genau. Genau, nehmless. Von mir aus darfst du auch im Gebäude anfangen. Stopp. So. Ey, halt, pass mal auf. Ich hätte da gerne die Möglichkeit. Ein bisschen steiler. Dann holen wir richtig Schwung. So, Nummer 1. Ich glaube, so könnte man das mit anfangen. Hier darf es ja nur nicht reinfallen. Hier ist es okay. Und hier ist es auch okay. So, mein Freund. Die erste Bahn steht hier. Die zweite sollte in der Flucht bleiben. Sieht jemand, ob das rot ist? Ja, das ist rot. Scheiße. Nach oben lasst er mich. Guck mal, hier dürfte ich, ne? Ich verstehe es nur nicht ganzes Konzept manchmal. Hier dürfte ich auch. Wieso sagt er mir das Gefälle? Das ist nicht okay. Gehen wir da rüber. Hier ist eigentlich auch recht. Wir müssen es uns halt angucken, weil das täuscht nämlich hier teilweise dieses Ding. Das ist nicht okay, sagt er. Ah, aber da war gerade ein Punkt, wo er okay gesagt hat, ne? Hier? Okay, bin ich gespannt. Also, ich will die schon ein bisschen durchs Land führen hier. Da kommen wir jetzt nicht mehr hoch in den Zaun. War fast klar, dass da irgendwann mal vorbei sein wird. Das kann zu steil sein eventuell. Okay. Ja, mach es doch mal so. So, wir müssen mal ein Gefühl kriegen. Okay, pass mal auf. Wenn das gehen würde, das wäre ja auch ein Spaß. Wie sehe ich denn jetzt, ob sich das lohnt? Ich muss gucken, dass die Balken hier nicht uns im Weg sind. Am besten von oben mal drauf geschaut, geschwind, oder? 46 Hölzer. Das ist überschaubar. Das wäre ein Deal. Das wäre ein Deal, Leute. Jetzt hoffe ich nur, dass die gerade ist. Dass nicht irgendwo eine Kante drin ist, die nicht rutschbar wird. Ne, das sieht gut aus. Also, hier zumindest haben wir einen guten Anfang. Ob dieser Schwung reicht bis da hinten, das werden wir rausfinden. Spring mal bis dahin. Ne, oder? Oh, scheiße. Leute, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich Gefangener. Ich weiß nicht, ob ich da rausgeglitscht kriege. Alter, wie doof. Ich muss die Dinger zumachen. Jetzt muss ich alles nochmal machen, was ich heute gemacht habe. Weil ich das speichern kann, ne? Ich stehe, wo stehe ich denn? Ich baue es jetzt. Ich reiße es aber nicht ab, oder? Krautsch mal kurz. Oh, nee, oder? Da müsste man mal rauskommen, wenn er richtig gut ist. Vielleicht rückwärts? Nee. Ey, wo bin ich denn hier gefangen? Trüben ist das Fenster, ne? Ja, das war's. Alles klar, Leute. Sowas kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube, wir haben unseren Platz für die Rutsche gefunden. Ich würde allerdings... Ich überlege gerade, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, hier rauszukommen. Wie viele Steine hast denn du? Zehn. Ich sehe, das Buch nicht nehmen lässt. Probier's nochmal. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich könnte jetzt... Ja, das ist ja nicht... Gott sei Dank speichere ich ja zumindest nach jeder Folge. Das heißt, ich muss einfach nochmal die Rutsche anzeichnen. Das können wir ja machen. Das ist gleich passiert. Und die andere Rutsche lassen wir dann halt jetzt erstmal weg, die wir getestet haben. Und den Koffer muss ich nochmal hinlegen, ne? Geh mal in die Hocke. Ja, mach sie mal hin. Mach aber mal mit C. Du musst es irgendwie schaffen, unter dich zu bauen. Ich finde nämlich die Rutsche gut angezeichnet, die wir da jetzt haben gerade. Ey, bist du eine Scheiße. Gut, so baut man ja auch bauen nicht. Ne, ich komme nicht hin. Schade. Tja, meine Lieben. Dann mache ich an der Stelle aus. Ich würde sagen, ich zeichne uns die Rutsche nochmal an. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder. Für einen kurzen Moment habe ich das Gefühl gehabt, ich komme nochmal raus. Aber klappt nicht. Schade. Ey, was vielleicht geht. Das ist jetzt natürlich... Kann das sein, dass wir jetzt sterben? Dann muss ich es auf jeden Fall nochmal neu machen. Der hat doch immer so einen Rückmove, wenn er eine Dynamitstange, ne? Ne, das wird nichts. Komm mal her, ich probiere mal uns rauszusprengen. Das wird das auch noch probiert haben. So, meine Lieben. Ich sage schon mal vorsichtig Tschüss. Ich stelle mich mit dem Rücken durchs Loch. Lasse hier fliegen. Oh, ist das so cool. Der Baum ist umgeflogen. Mein Nebnis hockt immer noch hier im Loch drin. Scheiße. Alles klar, ich lasse es mal drin, dass ihr seht, dass auch mir solche Dinge passieren. Wenn man nicht aufpasst, ist es ruckzuck passiert. Ein Baum aber erwischt. Wir sehen uns morgen wieder. Ich zeichne die Rutsche neu an. Dann bauen wir die und probieren sie gleich aus. Und dann bleibt noch der Test hier von der Base auf jeden Fall oben, ne? Ich wünsche euch einen guten Einstieg in die Woche. Passende Montagsfolge hier. Passendes Ende. Bis morgen um die gleiche Uhrzeit. Passende Montagsfolge hier.